Wenn das Essen salziger als das Meer ist, hat wirklich niemand Spaß daran. So rettet ihr euer Gericht trotz Salz vor dem Müll. 1. Milchprodukte Ein Schuss Sahne, etwas Frischkäse oder ein Löffel Creme Fraîche machen Soßen und Co. nicht nur schön cremig, sie überdecken auch den Salzgeschmack. 2. Kartoffeln Reibt rohe Kartoffeln in eure klare Suppen oder kocht ein paar große Stücke im Eintopf mit. Vor dem Servieren fischt ihr die Kartoffeln einfach wieder heraus. 3. Eiweiß Auch mit etwas rohem Eiweiß könnt ihr Suppen vor dem Abfall retten. Das gekochte Eiweiß könnt ihr vor dem Essen mit einem Sieb abschöpfen. 4. Honig Was ist der Gegenspieler zu Salz? Etwas zusätzliche Süße. Ein Löffel Honig kann versalzene Soßen im Handumdrehen wieder genießbar machen. Tastet euch aber langsam heran, damit das Gericht nicht zu süß wird. 4. Ein Löffel Honig Vielen Dank.